Gute 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 auch falsch Gute 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 8 18 19 20 1 sind zu tun mit ihm nicht immer so an sich mehr müssen es nicht sein das muss nicht sein ein ja ich habe die 255 Kilometer Wasser und deswegen steht erst mal X das voll sinnlos wäre wenn ich das jetzt hätte bis zu bescheuert der steht schon mal Dragonfly bei Hausen ist schon mal abgehakt bei MP ist Dragonfly bei Hausen nicht abgehakt und dadurch dass ich hier 25 Kilometer Wasser habe ist es natürlich noch nicht abgehakt das ist ganz klar wäre sonst logisch das geht gar nicht Logik ist hier ausnahmsweise mal nicht angebracht überall sonst 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 überall ist Logik gerne gesehen aber jetzt mal nicht das wäre relativ bescheiden danke Baselgum gefressen habe ich überhaupt schon Baselgums glaube schon das ist jetzt gerade gar nicht mehr das ist jetzt gerade gar nicht mehr was für Wahrheit bitte sag mir was für stolz das ist ja du bist schon in der Nähe hat man Fight gegeneinander dann passt das ja das ist schön das will ich sehen ein roter Hintern hier ein roter Hintern hier also wir hatten hier gerade ein Pokemon Kampf im Endeffekt Bun Bun Wuhu fuck yeah Level 47 ein komplettes gemacht zwei komplette gemacht zweieinhalb aber es hat immer auch den schönen blanken Hintern Jamelones was sind denn Jamelones Eider das ist ein Piñata oder ist das ich glaube schon ich gucke mich ein Jamelon Krieger Scheiße Jut Knut aber trotzdem jetzt noch die Dragonflies war ja dann war es mal eins fertig passt das achso apropos ähm dich brauchen wir nicht mehr Dankeschön 3600 aha ja apropos warte mal dann haben wir den jetzt auch abgehakt ah papapapapapapapapapapapapapapa anmachen !! has that here Hat gerade ein Saito gemacht. Alter, weil dieser hässliche Drecks-Scheiß-Kerl jedes Mal die fucking Tür offen lassen muss, oder was? Der ist zu fett! Der kommt nicht durch die Tür, der ist zu fett! Wo gibt's denn sowas? Willst du mich verarschen jetzt? Du kannst hier außen rumlaufen! Doch! Kannst du wohl! Ich glaube, es hackt jetzt, ey! Ey, langsam denke ich, das Spiel will mich verarschen! Das Pinata ist zu fett rauszukommen, aber rein geht auf jeden Fall! Ja, ja, eine tolle Geschichte! Leck mir am Arsch! Äh, nein, da! Es ist mir, wie immer, eine Ehe! Und der hat nichts Neues! Ich guck mal bei Deadhand, ob die was Neues hat! Nein! Alter, wenn die die Piñata-Rin! Die Jägerin! Noch dreimal dieses Piñata fängt, ne? Ich hab kapiert, dass die Piñata und das Piñata gefangen hat! Ist angekommen! Also, egal! Wir werden ja, ich noch einen Bosse kann, weil es... Ich schnauze! So! Dragonfly! Impi! Was hat ihr? Du bist so fett! Das ist das Problem, weil immer alle scheiß Piñatas in dem Moment dahin rennen müssen, wo sie nichts zu suchen haben! Oh, ich könnte die ganze Zeit da hinlaufen! Aber jetzt hat der Typ nichts vor da! Das macht also keinen Sinn, da hinzugehen! Oh! Jetzt will er da hinten hin! Ich aber jetzt auch! Unbedingt! Muss jetzt sein! Alles andere würde so keinen Sinn ergeben! Wie gesagt, sonst ist immer... Ihr wisst ja... Die Logik ist immer mit dabei! Die Logik ist halt selten am fehlen! Merkt man jetzt wieder! Zum Start! Alter! Wo ist er jetzt? Ich hab dich gerade da hingeführt! Alter, wo ist denn jetzt Basen? Das ist Trollen! Dreckigem Niveau! Runter, da! Ist mir scheißegal! Wenn du einfach tun willst, was dir sagst, dann hätten wir alle dieses Problem nicht! Was? Wollt ihr? Wollt ihr? Ich bin der Nächste! Ich bin der Nächste! was willst du hast du jetzt nicht die richtige schulgröße an damit du kämpfen kannst oder was musst du deine handtasche holen kämpf gegen diese missmale ich glaube ich scheiß gleich ins hemd alter ist jetzt gut du hast ne fucking piñata gefangen kauf dir nen keks boah was ist denn jetzt schon wieder los hier aber leid ich glaube ich höre jetzt erstmal gleich auf ey ich bin grad auf mir ist warm ich bin müde und ach keine ahnung ja punger obwohl ich den ganzen tag gefordert habe ihr belast uns heute mal ein bisschen früher wir machen eine stunde früher schluss tut mir leid speichern die ganze schose ich bedanke mich fürs zusehen wie immer schritte ist in die kommentare ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online anschausen